was geht ab herzlich willkommen zu einem neuen mit mir heute eine runde mit dem max mit dem max mit dem max hallo 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 max ja wie der special guest der aller special liegen gäste riko kommt erst leider sonntag und es ist ja heute freitag bei uns und bei euch ist bestimmt schon montag oder so gerade wenn ihr das video guckt aber egal heute spielerunde heilend sieg max ist der heiler ich bin der seeker und jetzt go max ok also hier steht und sogar das hat er heißt und hier steht let's go ok dann versteck dich und ich gehe durch die spinne ich bin eh schon gleich da jetzt im let's go jetzt komm flieg runter so leute kleine unterbrechung denn wo ich max gesucht habe hat max leider nicht gesneakt und ja vielleicht kennt ihr meinen kanal schon lange und ihr wolltet ja kein microsoft pe mehr sehen ganz normales minecraft aber das war die letzte folge microsoft pe auf jeden fall hat max nicht gesneakt dann habe ich ihn gefunden und jetzt werde ich mich verstecken und max suchen und viel spaß mit dem video wenn ich vielleicht noch mal weiter auf microsoft pe im heilend sieg spielen soll dann schreibt mir bitte unten in die kommentare und wir sehen uns dann beim video wieder gleich wo ich mich verstecke es kommt die zweite runde okay wir müssen sehr schnell verstecken denn max ist auch schon gleich wieder da das ist okay dieses dieses haus hat sehr viele gute verstecke aber hat gute verstecke habe ich mal zumindest und hier hast du dich glaube ich vorhin versteckt mag sag mal wann du da bist oh mein gott perfektes perfektes versteck ich hatte ich hatte perfekte versteck freunde alter jetzt auf jeden fall 100 boots ich glaube du merkst dass wir laufen richtigen weg glaube ich könnte das sein mit weglaufen oder ohne weglaufen okay so macht es auf jeden fall ein sehr nahe weg also ich sehe den namen eigentlich sehr relativ gut raus mit mir steck gehen wir da rein also ja also ich bin ja immer jetzt versteckt man nicht mehr versteckt mit tipps aber ich hab dir gerade schon tipps gegeben deshalb ich glaube du war schon im richtigen raum aber hast mich ja nicht gesehen ich war ich weiß es nicht aber ich glaube geht der namen wird der namen sage ich nicht hatte ja schon irgendwo wo du da warst schon vor uns gesagt ist also mal gucken wieviel minuten ich jetzt überstehe dass ich weiß es nicht aber ihr wisst es aber man ist auf dem richtigen weg ja er ist ja und er hat mich davon okay okay hier habe ich gerade gefunden er ist also ja okay dachtest du dir wirklich du kannst du kannst du kannst du kannst du kannst auch so machen wir sehen uns in der zweiten runde in diesem haus der dritten runde so jetzt kommt schon die zweite runde let's go ich spiele durch die spinne hat sich sehmarks namen noch sehr gut also muss ich mir auch merken wo da war ich will doch mal nicht da ich bin eh schon gleich da das heißt schutz 100 hat die ledertunika sneaker ich bin da okay freunde wir suchen max let's go mal gucken wer besser ist und ich habe ein richtig cooles versteckt schon mal für mich glaube ich ja keine ahnung okay max ist das ist zu auffällig nee das ist zu auffällig okay das wäre eigentlich auch cooles versteck also unter der treppe aber habe ich jetzt schon gesagt ähm könnte es hier sein wo ist denn das hier okay wo bin ich denn hier gelandet ich glaube hier war schon max siehst du meinen namen ganz gut ja ich habe dich gesehen okay ich habe max gesehen das heißt ja der hat noch richtig gutes aber wie bist du nach da hin gekommen max hier ist ganz weg ach so wie bist du denn durch die truhen ach so ach so ach so ach so ja hier so ah ok ähm dann hey wie bist du hey max wie bist du denn hä hä max komm mal her zu mir hä ja genau hey warum bist du gerade weg ok also hä ach so ok dann ist gut dann ist gut ich hab dich ja gesehen hier nochmal in slow motion ganz gut jetzt kommt die nächste runde und ich habe schon glaube ich eine ganz kleine idee wo ich mich verstecken werde ähm oh mein gott hier ist ein zombie den lasse ich jetzt erstmal und hier ne da war ich ja schon hier ja ok dann mache ich jetzt einfach mal hier hin ok bist du da was also von mir sieht man versteckt das ist das das ist schon ziemlich krass also ich könnte mich natürlich überall anders auch noch verstecken weil hier gibt es ganz viele mögliche ich wette max würde mich denn nie finden aber das ist ein das ist ein sehr gutes versteck bleibe ich jetzt mal hier und ich wette ich würde mich nie im leben finden ich kann nicht sogar sehen ich kann sogar den ganzen skin gleich sehen wenn du runterfällst vals aber du kannst mich aber du kannst mich oder ja ne da hab ich nicht mal oder ich könnte oder ja unter der Krempe Schwung---- ne Hey, wo bist du? Ich kann deinen ganzen Skind doch nicht sehen. Was ist passiert? Hm. Hatten wir schon gesehen? Da hab ich auch vor uns gesehen. Ich weiß nicht, ob du jetzt nach da gehst. Ich weiß nicht. Ich weiß glaube ich, wo. Ich mach immer so krasse Verstecke. Du findest mich nie. Versteck nicht mehr nicht verstecke, dann seh ich dich natürlich. Also könnte ich dich auf jeden Fall sehen. Mal. Okay, es gibt noch irgendeine gute Schuhe da. Holy. Ein Block von mir entfernt. What the fuck? Hier nochmal Slow Motion. Ich glaube, das war ein Block von mir entfernt. Oh mein Gott. 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 Nein. Nein, er hat nicht gewonnen. Du warst ja vor uns irgendwie hier so, ja? Hä, ich bin da doch reingegangen, oder? Ja, ja, aber ich hab ja gewandert. Oh Gott. Achso, hier sind die Spinneze. Ja, die hab ich jetzt gerade nicht getroffen. Ich hab dich gesehen. Let's go. Come on party. Let's go party. Ja, ah, ah. Als ob du wirklich so dumm versteckt bist. Wurdest du von deinem Creeper? Hey. Das ist ein Zombie mit Lederkappe. Also. Okay, Max. Du siehst mich hundert Prozent. Aber du bist einfach. Okay, hier hab ich den Zombie. Jetzt hab ich hier Lederkappe bekommen. Die kann ich nicht. Was? Ja. Ich, ich, ich weiß schon, wo du bestimmt bist. Okay, Max. Ich hab schon ne richtig große Vermutung. Map kann ich zwar nicht. Hä? Was denn? Na ja, soll ich mit Absicht? Oh mein Gott. Okay, ich dachte. Hä? Alter, coole Versteck. Okay. Aber da geht, klar. Hm. Hallo. Oh, ich hab den Markt gebunden. Wirklich? Ja, klar. Stimmt. Okay. Dann machen wir jetzt Game Mode. Ja? Ja? Auf der Seite. Ich lauf so ganz lang. So ganz richtig lang. Hast du Druck auf den Boden, ja? Mhm. Okay. Kann man sich hier gut verstecken? Hm. Ich tu mal hier in die Küste was rein. Warum auch nicht? Okay, ähm. Dip, 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 dip. Nein! Oh mein Gott. Ich bin aus der Map. Ich bin fast aus der Map. Oh nein. Oh nein. Nein. Das mach ich nicht. Oder? Na, okay. Gibt's hier geile Verstecker? Hm? Ich hab gefragt, gibt's hier geile Verstecker? Ja, ich glaube schon. Ja. Oh mein Gott. Das haben die so cool gemacht. Okay, du kannst dich suchen. Ich bin weit von dir entfernt. Würde ich mir sagen. Ja. Du musst eine Etage höher gehen. Ja. Und da kannst du durch alle Türen gehen und mal alles durchsuchen. Ja, du musst... Ne, da gibt's eine Treppe, da fühlt sich eins aus der Map und da gibt's aber noch eine Treppe nach oben dann. Irgendwann, ja. Wo noch gelber Teppich da ist. Oh mein Gott. Freunde, habt ihr das gesehen in Slow Motion? Da hat man sogar ein Stückchen von... Oder? Ja. Hat man ihn gesehen? Ich bin in diesem Raum, Max. Du kannst... Ich seh' deinen Arm so gut, dass... Man, wer jetzt sogar eine Brille hat und Nahschwäche hat. Man kann ihn so gut sehen. Ja, ich seh' dich. Ich seh' dich. Hi, 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 hi. Ja, du springst. Hi, hallo. Ich kann dich sehen. Hi. Okay, nein, ich kann dich nicht sehen. Aber ich hab' gesehen, dass du springst. Ja, du springst die ganze Zeit im Raum herum. Hier ist... Das bin ich hier. Und... Max ist irgendwo... Okay, das kann man jetzt... Guck, siehst du dir den Namen? Und dann ist... Da... So gut 10, glaube ich. Ja, hier ist der Name. Okay. Ich löse jetzt einfach auf, Max. Ich werde jetzt hier entsneaken und plopp. Ich kann sie zeigen. Ich kann sie zeigen. Guck, warte. Das ist der Tür-Trick. 2000, guck. Nein, ich stehe nicht. Nein, den hab' ich gemacht. Ich hab' den verkackt, Alter. Ja, und jetzt hab' ich ihn geschafft. Wuhuuu. Hier hab' ich dann nix lieb. Ich dachte irgendwie, der wär' so nix. Und, ich würde mal sagen, das war der erste Teil. Wenn ihr für den zweiten Teil Bock habt, dann lasst wieviel... Nein. Zwei Likes, aber, Max. Schaffen wir zwei Likes? Ja. Denkst du? Das wird aber zu schwer, oder? Nein. Warum? Komm mal her. Ich warte, ich... Ja, ich komm. Das geht ab. Okay, warte. Das geht ab. Passt mit. Musik 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 Musik